Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sam? Irgendwas hat mich gebissen. Sam, was ist da unten los? Oh mein Gott. Sam! Sieht aus, als wäre die Leiche schon seit Wochen im Wasser. Ich will wissen, was zum Teufel dieses Ding in meinem See macht. Ist das ein Piranha? Dieser spezielle Piranha ist vor zwei Millionen Jahren ausgestorben. Ich denke, wir sollten den See sperren. Abgesehen von uns sind hier gerade 20.000 Feierwütige. Keine Chance. Alles, Mande! Sieht euch aus! Der Sheriff hat den Notstand ausgerufen, Freunde. Keine Sorge, wir haben genug Bier für alle! Piranhas jagen als Meute. Beim ersten Biss fließt etwas Blut. Das Blut zieht die Meute an. können Sie sterben? Los 2000 fillsvon und Pischsgefüße an erhältst dos Adalent murmurs. Im Sohn Untertitelung des ZDF, 2020